Ich bin mal ganz kurz Toilette Jaja Viel Spaß Verglück dich nicht zu sehr Und so Wieso treibt? Ja klar So ich glaube dann sollten wir das gleich Vielleicht Hoffentlich unter Umständen automatisiert haben Weitestgehend zumindest Wir brauchen halt ne größermein Glas Ja Glas ich bin grad schon am Brennen von Glas Müsste nur schneller gehen Ja im Ofen überhaupt Das ist eigentlich eh nur für mich gerade gerechnet Dann machen wir zwei Stacks rein Oder drei So kann man Glas auch im Induction Smelter machen Ist natürlich schön Ich glaub fast nicht Ich bezweifle es irgendwie Im Induction Smelter kannst du nichts normales schmelzen Naja stimmt Weil ähm Der wird ja nicht genauso heiß wie ein anderer Ofen Sondern er wird anders heiß Ja nur Metalle Verstanden Man kann damit zwar Eisen schmelzen Aber keinen Sand zu Glas Ja logisch irgendwie Ja schön dass du es verstehst Ja irgendeiner muss es ja verstehen ne Ja Wenn Markus es nicht tut Ja der ist grad nicht da Der konnte es nicht verstehen Sag ich ja Es war noch nie so interessant Eine braune, eine orange und eine rote Flüssigkeit in eine pinke Flüssigkeit umwandeln zu sehen Hehehe Pfff Sollten wir diese Laserfokus nicht mal einsetzen? Nein, die bringen nicht wirklich was Was genau bringen die denn? Die fokussieren Laserbla-Kram blöd Ja aber wie genau Darauf dass äh Die Zeile mit der Farbe häufiger abgebaut werden Also braun eben Kupfer und rotes Redstone und so weiter Das muss nicht unbedingt sein Ich hätte das gerne schon recht ausgeglichen Muss die Khole da pulverisiert werden? Ausgerechnet jetzt? Ja 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 Wofür? Ja 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 Und? Jetzt bist du eine Aufnahme Auch meine Person Und ich nur als Der komische Typ der Uns alle anpingt Weil er Kali irgendwas schreiben will Hä? Du verwendest den Server-Chat vor dem äh Kanal-Chat Achso Das heißt jeder kriegt das auf jedem einzelnen Server mit Ist praktisch wie wenn du Kali unter der Hand irgendwas verkaufen willst und dein Megafon verwendest Grob übertragen Übertrieben Übertragen Okay ich weiß nicht wovon ihr redet dann Das ist super als Server-Admin das ist Punkt für dich Und was machst du sonst so? Ich bewundere meine Fotos bei Facebook vom Flight Museum in Dänemark Oh okay So Wir haben eine Quest fertig Haben wir das? Wieder? Ja die die Redstone Schön Gut gemacht ich muss dich echt mal loben Wie war es denn in Dänemark dann so? Ui Sagen wir mal so sehr geil Sehr dänisch ne? Hm? Sehr dänisch ne? Na ach quatsch Eher deutsch Aha Weil Hamburger hatten alle Urlaub und so weißt du? Okay Nimm mal ganz kurz, brauchen wir zufällig noch ein Stack Redstone oder? Nein Ich hab mir schon die Revolte weggeholt Ich auch Ich auch Kannst weiter reden Die sind voller Genau das meinte ich damit Ja Me 64k Fluid Storage Ja ich kann grad leider nicht gucken Weil ich aufnehme Machen wir Später laden Ja Die Fluid Storage packe ich einfach mal Nirgendwo hin weil Da ist kein Platz mehr für Die Drive ist glaub ich schon voll ne? Können wir eigentlich eine zweite Drive mal bauen Die ist ja nicht so teuer Also Orange heißt nur Möchtest du jetzt vielleicht etwas Werbung machen Severin? Das wird bestimmt super effektiv bei den achten Leuten die zusehen Auf dem Blatt Papier Das heißt zwei sind's real Ja Mach du Mach du mal Du bist der Admin nicht ich Ich glaub ich hab das Casting Basin kaputt gemacht Ah Weil das ist so mehr oder weniger halb voll und es fühlt sich nicht mehr ganz Ähm Du hast da Ardite drin Warum ist da Ardite drin? Warum ist da Ardite drin? Du hast Ardite drin? Ja hier äh in dem So Redakt Wollten Ardite was macht das da drin? Weiß ich nicht So Ah Danke Weil das Ding ja Popfen bilden statt sie zu vermischen Sodom Und Gomorra Und Gomorra Ich wollt's eigentlich selber schon was sagen ne? Vor allem weil es ja so dumm eigentlich ist aber egal Ich weiß Sodom und Gomorra Das hast du auch ziemlich stark zusammengequetscht die beiden Worte Das ist Respekt Kann sonst nur ich Das ist Respekt? Ja Das ist Spiegelstrich Ich dachte das ist gut und ich habe deinen Respekt Das ist Spiegelstrich Respekt Spiegelstrich Hi? Das Spiegelstrich am Ende macht keinen Sinn Doch Nein Das kann sonst nur ich Geht dann noch weiter Deswegen zwei Spiegelstriche Einmal rein und mal raus Einmal fallen lassen Wie beim Häkeln Nur halb so viel Was klar Was klar Ihr seid schon ein bisschen episch Danke Das klingt eigentlich anfangs wie ne Beleidigung und dann dieses Ihr seid schon so ein bisschen episch wisst ihr ne? Hört man gerne Danke Du bist auch ein bisschen episch Ja ich weiß Vielleicht auch mir nicht mehr Wäre ja auch gemein Wieso? Naja weil ich ja eh über bin Wofür Wie ist da Reson and Ender drin in dieser blöden Ach Ach Er speichert den blöden Mist der da noch drin war das ganz kleine bisschen Aber die Smattery ist wenigstens leer Kannst du nochmal vielleicht den Die Pipe hier leeren? Du hast doch ne Schraubendreher Hab ich? Ich? Äh ja Napsack Decke ich nie dran So da Okay danke So wie viel? So ich brauch noch drei Oh ich weiß Ich kann ja nachschauen wie viel man da rauskriegt Bin ja auch blöd Endlich merkt ihr es Ach Wer will ne Fluorist Storage in die Fresse gedrückt bekommen? Du musst doch einfach in die Drive rein ich hab noch eine gebaut Wo steht die denn? Da oben bei den anderen Drive in der Nähe Echt? Schützenächle Ja Abnehm ich mal durch große Menge an Plastik Hui was ist denn hier passiert? Wo? Wo ist hier? Mit den Import Buses und Hui Wo? Das ist kompakt Das ist ähm Ähm Naja Was macht ihr da? Hä? Das ist voll hübsch Das ist Autoprocessing Das könnte man auch nach unten verlagern Könnte man? Dann bräuchten wir aber mehr Kabel Da glaub ich mit dem Tank keine Lust drauf Voller Sack Mach's halt automatisch Jaa Aber warum macht's automatisch? Mach noch eine ausmarsche Gummifarm Was? Gummifarm Gummifarm Ja Ja dann mach mal Ich nicht Kann man die Baummehl Beziehungsweise kann man die Hofgroves verwenden Ich betweifle Baummehl geht mit einem einzigen Baummehl an Das geht schon Du musst da einen Baummehl anwenden Dann wächst das Teil Können wir da nicht nochmal so einen Harvester verwenden oder so? Theoretisch schon Den müssen wir aber auch erst einmal bauen Du hast gerade dazu bereit erklärt Dankeschön Äh nein Ich bin viel zu beschäftigen Ein was? Was eigentlich genau? Ein Harvester Haben wir davon nicht noch einen? Glaub nicht Ähm Frank, brauch mal einen Stack davon Gerne Warte mal Was kostet denn der? Der Harvester hat auch die ganzen Plastiksachen da mit dran Oh verdammt Ne dann lieber nicht Wohin hast denn du den Coal Dust? Aber der kostet ja kein Glas Den könnte ich wirklich bauen Wohin hast denn du den Coal Dust? Nicht bei mir Ja du hast dann aber rausgemüssen Nein Doch beim Pulverisieren Der ist wieder oben gewesen Na anscheinend nicht Ah doch Hm Rein theoretisch Ich könnte wirklich 64 Harvester bauen Nein Ne Böse Aus Gut Irgendwa Haben wir eigentlich noch ein bisschen was davon Ein bisschen haben wir 15 Stück 15 Stück Reicht für 2 Das heißt geteilt durch 3 Ne 2 Ne 5 5 5 Stück 5 Stück können nicht bauen Da siehste Eine brauchen wir Dann baue ich 5 Dann baust du 5 Okay Okay Ich brauche Scheiße Ich brauche Gummi Brauchst aber gleich einen Plan dafür Ui das auch noch Verdammt Ne Da lieber nicht Ach ich weiß nicht was ihr habt das mit der Axe of the Stream zu machen das ist Fangen dem eigentlich Dann viel Spass Wenn du mir Gummi gibst dann brauche ich den Harvester Gib Gummi Wie viel brauchst du denn Gib mir Gummi Mehr als genug Haben wir hier irgendwo ein Schneebium Nein Ich brauche aber Schnee Äh Wir haben Eis Außerdem haben wir ein Ähm Ein Gerät das Schneeblöcke und Schneebälle produzieren kann Was willst du mehr? Wo? Der steht da irgendwo rum Hier wo der Eis Hier wo der Eis Hier bei mir Bei mir Da hinten Da Da wo ich hinguck Da wo ich hinguck Alter Okay Es reicht Echt 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 Keine Schwächanfälle Hier vor der Kamera Hm Ich brauche so viel Glas Gut Besser Moment mal Kamera Welche Kamera Hallo Mama Die Kamera Die Kamera Die Kamera die ich für meinen Bildschirm geschraubt habe Die das Ganze in super verwackelter SD-Qualität aufnimmt Gibt's doch zu du hältst die Kamera in der Hand Ach nein Das soll ich das nächste Mal machen ja Wäre vielleicht noch besser Aber dann räum ich ja im Klang und so weiter Warum ist hier eigentlich ein Boot? Das Boot Ist das nicht alles für den Ferwerverboten? Äh Kann sein Kann Kann Also frag Wie viel Gummi brauchst du exakt? Also wenn ich fünf Harvester baue dann brauche ich fünfmal also brauche ich zehn Plastik-Sheets Ein Plastik-Sheet hat viermal Plastik also 40 Stück Nee vier Plastik-Sheets haben vier Plastik Brauchst zehn Achso Oh ja logisch Okay Dann brauche ich aber trotzdem 20 weil ich ja noch fünf Pländer bauen muss Das kann man verkraften Nebenbei 144 ist so ein blöder Wert und damit im Kopf zu rechnen Um zwei Uhr morgens 144? Ja Der Flüssigkeitswert von dem Englitt Das macht schon Sinn wegen den Blöcken So Ah ja vielen Dank Mir egal ich habe sie jetzt gerade mit dem mit dem mit dem Windows Taschenrechner gefechtet Alter Okay Voll Lipstar und so So 20 kannst du den rausnehmen und der Rest ist für mich Ich habe gerade keinen anderen Taschenrechner da deswegen Aus den 20 haben sich gerade 57 Raw Robber gemacht wie geht das denn? Weil ich noch ein paar hatte Achso Naja Deswegen sag ich hab 20 kannst du den nehmen den Rest brauche ich Na gut Mach 18 Eisen Mach 18 Eisen Wir hatten da schon wieder einen Bogen reingeworfen ich kann kotzen Ich ne Und noch ein Efficiency 3 Bug Was zum Was soll da mit rein? Efficiency 3 Brot? Bug Buch Achso Man 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 Drück dich deutlicher aus Bienen gehören da nicht rein Vielleicht war das ja ich Inver 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 Amor Ne das wollte ich nicht Ich glaube da so tool zeug das kommt da nicht rein Ich glaube da so tool zeug das kommt da nicht rein Ah das ist noch ein Flushbrush ok Äh da landet jetzt aber kein Lava drin ne? Oh das ist jetzt genau Tch Tch Was sind denn noch da? Wir brauchen mehr Redstone? Was? Ich hab doch erst ins Deck eingepumpt Ähm Warum Warum In aller Welt ist hier ein Amiga Access Terminal Wir brauchen die Länge nicht Weil ich das hingebaut hab Weil ich das Crafting Ding Du hast doch Anquireless Terminals Ja die verbrauchen Energie und dann muss ich es öfter aufladen Wenn ich in der Nähe bin dann gehe ich zum Access Terminal Dann macht sich das wenigstens so hin dass es mit den anderen in einer Linie ist Nein Niemals Niemals Hey Ja Das rennst mir auch vom Gesicht rum Ja Oder so Sieht auch nicht toll aus aber naja gut besser als wohin Und noch Settlesquads ok Servus Machinem ey Servus Machinem Servus Latein Achso Sklave der Machina Servus Machinem Hallöchen Machine Hallöchen Hallöchen Wie geht's denn so Ich glaub ich zum Menschen das Latein ist ziemlich eingerostet Aber ich glaub das müsste Makinem ja Volt passen Makinem Ne Makinem Das kann gut sein ja Schauen wir mal noch die Bienele 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 Stimmt du hast Latein genauso lange nicht mehr wie ich ne Ähm Hast du es abgewählt? Mh Ok ja Dann ja Mh 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 Honig dürfte doch jetzt auch ziemlich leicht sein oder? Ähm Die Mengen Mh 100 Buckets 100 Buckets Oder weil jetzt da 100.000 steht denk ich mal dass es wieder 100.000 Millibuckets heißt also 100 Buckets Mh Mh Schauen wir mal Schauen wir mal Ein Honey gibt 0,1 Oh Also sinds 1000 Honey 1000 Ja das könnte gehen eigentlich Wir haben ja ewig viele Bienenbaben gerade gehabt oder? Ja Ich bin dumm Jetzt ist es witzig Ja das müssen wir schon Das war nicht Tin das war Aluminium Oh man Rauf Mann Oh man Sorry ich hab ne Sorry Ich hab grad eben ja auch noch Dings gemacht also Aluminium Brass und vor allem auch Kupf äh Bronze war das hier und dann ist das eben passiert Ganz ehrlich ich mach erstmal automatisches Glas produzieren das geht so nicht weiter Ja Gott sei Dank Tuch Ich will ein Tesserakt hier hinten Habt man da eigentlich Energieverlust? Ne Nicht mehr Sehr gut Sehr gut Ja baue ich gleich nen Stack Tesserakt oder? Übertreibs nicht So viele brauchen wir noch nicht Ja da boy Ja immer so 8 sollten reichen Ah da haben wir nicht genügend Enderium dafür Warte wenn wir direkt hier drauf kriegen dann kannst du nen Stack Tesseraktor machen Ja Okay Kein Ding hab ich überhaupt kein Problem mehr Ja 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 ist okay ist okay Oh Scheren Achso Kann ich das Enderium nicht auch schmelzen? Also in der Smultery? Äh ne Das ist Liquid Ender Das ist was ganz was anderes Ja